Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. So, warte mal, wir 3D wollen, wenn wir eurem Master hoffen. Und ich bin aus Versehen in die falsche Welt gegangen. Hier waren wir schon. Das werde ich natürlich gleich wieder wegmachen. Da, zurück zur Karte. Danke. Ich wollte eigentlich nur hüpfen. Wir gehen nämlich zur nächsten Welt. So. Ist da jetzt irgendwas mit dem Rohr? Ist immer noch nichts, hä? Okay, wir besuchen dann wohl diese Welt. Welt 4.2. Der sanfte, kriechfreie Ranias. Ja, kriechen die Piranias. Davon hat jeder schon von uns geträumt, oder? Vor allem Prinzessin Peach, die wird sich freuen. Ja. Also, hopp, sag ich nur mal. Und diesmal habe ich ausnahmsweise meine Uhr schon bereitgestellt. Da sind sie. Oh, die spielen hier wohl Snake, hä? Snake. Das ist ein Sumpf, der... Weiß ich, wieso hat man so schön... Oh, schau mal. Hey, lass mich. Okay. Kann man also ganz schlecht töten. Ich auch? Aha. Nee, er schläft einfach da rum. Oh, ich... Vielleicht... Ich habe ihn aufgeweckt. Oh, ich habe ihn aber nichts. Oh, manchmal hier nichts. Haha. Hey. Ah, man kann die da reindrücken und dann töten. Okay, warte, warte, warte. Was bedeutet, ich müsste hier... So, ja, komm her. Ich töte mir doch. Vielleicht gibt es irgendwas. Nee. Schade. Okay. Hätte ja sein können. Oh, ich habe mich geirrt. Kriege ich hier nicht so rum, ihr Schlänglies. Er nervt irgendwie. Oh, auch hier ist da auch jemand gestorben. Also echt traurig und so. Warum gehen wir hier weiter? Hui. Okay. Hm. Naja. Das hätten wir geschafft, diesen Wandsprung. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte auf dir hüpfen. Ja, das war ja sehr gut. Oh, Mensch. Wie ärgerlich. Tut mir leid, ja. Jetzt muss ich hier auch tatsächlich... Oh, oh, oh. Sowas machen. Okay. Kann ich da nicht hin? Nee. Naja. Wenn ich sterbe, dann fange ich von da vorne an. Ehrlich gesagt, keine schlechte Idee. So. So. Warte, 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 warte. Hier ist doch bestimmt auch was. Naja, besonders... Naja, egal. Hier ist auf jeden Fall was. Ich habe mich noch nicht so schlau angestellt. Beim Finden. Ah, hier hätte ich mal reingehen sollen. Naja, egal. Ah, 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 schaut mal her. Hier ist auch was. Also, weh, def. Als ob das schwer gewesen wäre. Stämpli, hä? Okay. Okay. Okay, wir schauen, ob es hier auch was geben würde. Aber ja, hier wäre es zumindest... Das ist echt. Ich will das auch. Ich will mir Leben kaufen können. Okay, weiter geht's mit Mini Peach. Die sind wirklich hammerhart süß. Also, das ist auch so. Au, wow. Das prägt mir gerade viel. Naja. Ui. Das brauche ich für den Stern. Das brauche ich für den Stern. Ich habe nicht mehr Zeit. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Also, Hopp, Hopp. Prinzessin Chibi Peach. Ich kann leider nicht so direkt aus der Nähe sehen. Okay. Toll. Das war nix. Egal. Ich werde nochmal einen Versuch kriegen, weil ich die Welt nochmal machen muss. Oh, wie süß. So sieht sie quasi als Kind aus. Ja. Da kannte sie ihren Stecher aber noch nicht. Den heißblütigen Mario. Oh, Chibi. Chibi, Chibi. Da, das haben wir geschafft. Aber leider ohne Gold. Das ist ja traurig. Speichervorgang. Danke. Und Hopp nochmal rein. Den einen Stern werden wir wohl locker bekommen. Der sumpfte Krieg Piranier ist. Hatten wir doch schon mal. Wieso habe ich das nochmal erwähnt? Keine Ahnung. Ich bin cool darin, Sachen zu erwähnen. Darum genau. Ich bin voller Kröße-Tracker. Schläfst du nicht langsam? Also echt. So, jetzt ist die Welt ein klein bisschen härter. Aber nicht wirklich viel. Haha. Oh nein. Das ist eine schwere Herausforderung dieses Loch war. Okay. Oh nein. Da konnte ich nicht mal mehr schweben. Danke. So. Diesmal schaffen wir es. Ist ja eigentlich nicht schwer. Außer man hat Prinzessin Peach. Dann ist das schon irgendwie schwer. Weil die lieber schwebt als... Naja, dann töte ich mich lieber. Stirb, Prinzessin. Nein. Oh. Tut meinem leid. Wie sie gestorben ist, sah irgendwie lustig aus. Ich habe ein Herz für sowas. Ich kann das mit dem Schweben schon mal nicht. Das ist die schlechteste Fähigkeit, die man haben kann. Schweben. Ich schwöre. Von ihr schweben ist schlecht. Hör auf. Prinzessin Peach. Schweben sollte es einfacher machen. Aber ich glaube, es macht es eher schwerer, das Spiel. Voll challenging und so. Ihr wisst schon. Ja. Mich stört das aber ehrlich gesagt zum Licht. Egal, wir haben noch einen Versuch. Müssen aber aufpassen, dass ich nicht schwebe. Danke. Schon wieder versagt. Na gut, ich hätte es auch so schaffen können, wenn ich... Na egal, wir machen die Level jetzt zu Ende. Ich möchte nämlich nicht dieses Tanuki-Ding wieder sehen. Das nervt mich irgendwie. So. Wir gehen und warten hier wohl. Beeil dich bitte. Ich habe noch was zu tun. Danke. Ui, ui, ui. Echte Herausforderung. Da, ich schlag meinen Kopf gegen einen Box an. Tut bestimmt nicht weh. So. Oh nein. Ich muss hier geradeaus schwimmen. Das könnte voll schwierig werden und so. Das sieht bei Peach auch voll lustig aus. Uh, 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 uh. Okay, Peach. Genug geschwommen hier. Deine Ästhetik hast du uns ja... Jetzt merkst du genug bewiesen. So, was kriegen wir diesmal? Ich habe keine Lust auf einen Stern. Ein Pilz. Ja, why not. Oh, eine böse Spinne. Wie eine... Hatte ich schon. Brauche ich nicht mehr. Sieht geil aus, wie sich... Mit ihren Armen da... ...rummacht. What? Man ist sofort tot. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber zum Glück habe ich das Ding nicht aktiviert. So. Diesmal bekommen wir eine Feierblume. Ist doch... Äh, besser. Danke, danke, danke. Ha, ha. Geschafft hier. Okay, das war ein schneller Heep. Oh, ja. Hm, sieht doch okay aus. Sieht nicht viel anders aus als ohne Feuerblume. Ich habe mal gehört, irgendjemand sagte, Feuerblume an ihr würde nicht schön aussehen. Oh, oh, oh. Ich brauche dich. Danke. Habe ich nicht gesagt, ich brauche dich? Nein. Ah, ja, ja. Das war ja wieder Fail. Also, ich glaube, ich kriege das nie hin. So. Oh, oh, oh. Toll. Egal, jedenfalls habe ich einen Toten hinterlassen. Oh, nein. Ich habe eine Pflanze gemördert. Getötet. Schande über mein Haupt. Oder Schande über meine Krone. Bin doch die friedvolle Prinzessin Peach. Die man nur Friede und Freude über das Land herbreinbringt. Und aber immer entführt wird. Oh, außer dieses Mal. Diesmal wurde sie mal nicht entführt. Scheint wohl nicht interessant genug zu sein. Schon wieder ein Pilz. Das ist ja so mächtig, der Pilz. Oh, lass mal in Ruhe. Bienchen. Du kannst jemand anderen bestäuben gehen, aber nicht mich. Also echt. Voll die perversen Bienen. Ich bin keine Blume. Oh, Junge, Junge. Und auch das wurde geschafft. Okay. Dann sollte ich doch mit meinem Skill diesmal die Zehntausender Flagge erreichen. Und schauen wir mal. Oh, oh, oh. Nein, weil ich schlecht bin. Ich hätte lieber springen sollen. Oh, ja. Prinzessin Peach. Tja. Da schwebt sie. Du bist eine Hexe, oder? Keine Prinzessin. Wir sollten dich Evil Witch auf Peach nennen. Das würde besser passen. Die Bösartigste der Bösartigen. Na egal, weiter geht's. Ja. Ihr seht, ich bin ein Failure. Aber ich, ihr wisst ja, es wird mein letzter Versuch sein. Ich schwör. Ich bin gar nicht so versessen darauf, alles hinzubekommen. Nein, nein, nein. Nicht damit. Tada. Okay. Hey. Ach, egal. So, nimm das Böses. Pflanzenfee. Brauch hier Freiheit und Platz und so weiter. Oh, ja. Wieso kann ich das machen, aber nicht die Schwebetechnik? So. Das geht zum Beispiel ganz gut, wenn ich das mache. Oh, das ist aber nicht so gut. WTF? Natürlich habe ich versagt. Mal wieder. Ah, ich sterbe mal lieber eine kurze Runde. Habt ihr jetzt schon ein paar Mal geschafft? Nein, ich wollte sterben, du Mistding. Hier ist eine Gefahr. Oh nein. Das tut mir so leid, Prinzessin. Was habe ich getan? Ich habe dich geopfert. Siehst du, ich habe den Skill versucht zu aktivieren, aber er ging nicht. Mal wieder nicht. So, so, so. Naja. Ich kapiere es mit dem Chef-Skill wahrscheinlich nicht. Also, ich bin so skill-los. Dass ich... So. Dass ich daran auch immer sterbe. Da. So. Einfach draufgeerdrückt halten. Okay. Dann macht ihr euer Skill hier. Na gut. Toll. Schon habe ich versagt. Ja, so geht's auch nicht. Wollt ihr mich verkack-eiern? Ja, das wollt ihr. Na egal. Dann sterbe ich nochmal. Das ist mir jetzt egal, ob ich den Super-Tanuki-Irgend-Scheiß da sehe. Ja, das hast du ja vor gut gemacht. Oh nein, ich wurde ja gefressen. Schau, wie gierig er seinen Mund aufgemacht hat. Es hat ihn nach dieser Prinzessin verzerrt. Und ich habe ihm gegeben, nach wessen er verlangte. Oh, Mensch. Die Pflanzen wissen eben, was gut ist. Ihre Pfirsichhaut hat ihn bestimmt sehr gemundet. Oder? Was sagst du dazu, Firanjabite? Ich bin feurig und heiß. Äh, so in der Art. Na guter Fakt, wenn man den Bandsprung macht, dann. So. Ja, wie der nicht geschafft war, gell. Ja, wieso? Wieso? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht so schlecht sein. Ich kann nur noch nicht mit dieser dummen Prinzessin umgehen. Das ist doch unglaublich, oder? Ich, ich, ich. Vielleicht mache ich mal... Vielleicht sollte ich das lassen mit der Prinzessin. Der Tod wäre das viel einfacher. Ehrlich. Dann könnte ich hier einfach mal hüpfen, wie ich will. Hüpfen. Genau. Und nicht schweben. Denn diese Schwebeaktion tötet alles von mir. Die lässt mich dumm dastehen. Aber sowas von dumm. So du doch immerhin willst. Unbedingt. So, ich brauche hier nicht seine. So, geschafft. Also. Geht doch. Und das ist diesmal voll geil. Oh. Also seht ihr, so geht das. Macht das so nach und nicht anders. Irgendwie die zehn Male davor. Na ja. Oh nein. Voll vielleicht die Pflanze zu besiegen. Man wartet und dann... tötet. Oh Mensch. Ich bin voll der Killer. Killer. Hey. Nee, nee. Nicht weiter hier. Du hast nicht die Erlaubnis... ... an meine Frucht zu nagen. Äh, an meiner Frucht zu naschen. Genau. Welcher Frucht, werdet ihr euch fragen? Oh, noch eine Feuerblume. Na ja. Das war jedenfalls mal besser als... Oh nein, ich habe eine arme Biene getötet. Die mich für eine Pflanze gehalten hat. Oh, oder sie bestanden gerne für sich. Ich weiß es nicht. Oh ja. Oh nein, Bienchen und so. Haben eure Eltern das euch mal damals erzählt? Von den Bienen und den Blüten. Hm, hm. Ja, das ist voll die geile Erklärung. Super. Fantastico. Fantastische Erklärung. Für das Thema. Toll. Das ist fail. Okay. Man kann auch hier... Kommt aber nicht hoch. Ja, super. Das habe ich auch gefällt. Mistdinger. Mistdinger. Wieder, wieder hoch. Na ja, okay, dann nicht. Dann muss die Weltwurst später nochmal machen. Hm, wie nervig. Ich hasse diese Welt jetzt schon. Meine Hasswelt. Piraniel Krieg. Mistdinger. Danke. Vielen Dank, dass ich die goldene Flagge nicht wegen euch bekommen habe. Na ja, der Part würde jetzt eigentlich enden. Aber wir gehen nochmal in diese Welt. Nur um... Na ja, ihr wisst schon, was zurückbekommen. Ja, aber mit Peach muss ich es schaffen. Das muss ich einfach schaffen. Das geht nicht anders. Das würde ich mich in meiner Ähre gekrinkt fühlen. Also, hopp, hopp, Prinzessin. Oh, oh, oh. Du bist voll schnell gerade unterwegs. Oh, ja. Ich wünsche, wir würden es dauerhaft so schnell sein. Ja, du bist eben kein Schnellchecker. Ja, ja. So kennen wir dich. Immer naiv, immer dümmlich, immer Prinzessin. Na, egal. Geil. Das war perfekt. Hier habe ich mal wieder Skill bewiesen. Ho, ho. Oh. Das tut mir ja fast leid. Aber nur fast. Oh ja, wir rennen hier und den Münzen entgegen. Und dem Zeichen da, was ich brauche. Ja, eine Rohr schieben. Das kannst du wohl nicht. Ein Rohr verlegen ebenso wenig. Ja. Dafür wurdest du leider nicht gerüstet. Prinzessin. Ja, aber macht da nichts draus. Nicht jeder kann sowas Tolles haben. Äh, wie ein Rohr. Hahaha. Mario hat zum Beispiel einen Sanluichi oder zumindest haben sie etwas Aurora verlegen zu können. Oh nein, ich wurde schon wieder erwischt. Und warum babbel ich solchen Quatsch? Ich sollte ja heute aufhören. Das wird nämlich langsam peinlich. Tut mir leid. Okay. Warum? Da. Prinzessin Peach. Ich hasse dich. Und damit endet dieser Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns, wenn ich die goldene Flagge wieder erreicht habe. Bis dann alles Gute. Viel Spaß. Und ciao.